Hallo und herzlich Willkommen zurück, achso wir sollen ja das hier machen und jetzt wird es uns noch mal fragen. Also, jetzt sind wir wieder hier. Nach Beweisen suchen oder zur Polizei gehen? Zur Polizei gehen und sie wird mehr verletzt. Nach Beweisen suchen und wir verletzen sie. Das ist scheiße. Immer wird sie verletzt. Gibt es nicht eine dritte Möglichkeit von wegen so, wir helfen dir von Anfang an, wir suchen zusammen nach Beweisen und nicht einfach so von wegen so demotivierend. Man kann auch eine Antwort glücklich stellend sagen. Zum Beispiel, wir suchen zusammen nach Beweisen und dann gehen wir zur Polizei. Das wäre doch die dritte Möglichkeit. Warum nicht? Das würde ich nämlich sagen. Wir suchen nach Beweisen und nicht so wie Max was eben sagt. Ah, zur Polizei gehen bringt halt wirklich nichts. Da wird sie nur weiter verletzt. Das weiß ich. Ah, shit. Oder die Polizei sucht halt mit ihr nach Beweisen. Ich will diese dritte Möglichkeit. Oh, der Witz. Ah. Wir machen jetzt mal Polizei gehen und dann. Ja, das muss ich natürlich gehen. Ja, du musst definitiv gehen, Kate. Ich glaube, ich glaube, alle Worte, du sagst. Nathan Prescott ist wirklich gefährlich. Bless dich, Max. Ich werde zur Polizei gehen. Und auch Prinsipal Wells. Mit dir als meine Backup-Witness, sie müssen uns jetzt ernsthaft nehmen. Backup-Witness? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, in allem, aber wir sind einfach nur Sproiled Punk-Students für die Polizei und die Fakulte. Ich denke, wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Warum? Was vorsichtig? Was? Nichts. Außer die Prescotts sind eine körperliche Familie. Ich hoffe, das wird uns nicht zurückbekommen. Das ist alles. Auch wenn dieser rache Basterd gewinnt hat ein wirkliches Schmerz. Er bekommt es. Scheiße. Ist ja weit, ist das Hilfe, Mann. Nein. Nein, das können wir nicht. Nein, das geht nicht. Es tut mir leid, Kate, dass das vielleicht weh tut, aber es muss sein. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Hä? Einfach zur Polizei gehen, ohne Beweise und mich dann als Zeugin darstellen. Von wegen, als hätte ich es gesehen. Das ist halt nicht so... Max Essen. Two whales. Seh dich da. Bricht dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Boah, ist die gemein. Okay, wir haben ja alles gemacht, dass wir... Oh, hallo. Gut, äh, das wollte ich nur kurz machen, äh, haben wir sonst noch irgendwen, mit dem wir reden können? Was ist passiert, Dana? Alles cool zwischen dir und Juliette? Oh, ja. Ja, danke nochmal für mich aus ihrer Kapitivität. By the way, die beste und größte News des Tages ist, dass Trevor mich auf die Halloween-Schindig fragt. Das ist großartig, Dana. At least, wir zeigen unsere Gesichter zusammen, in public. So, ihr absolut sollte mit uns gehen. Bist du einen von meinen Outfits, und komm als ein süßes Geek-Couple mit ihr Bitch-Warren. Äh, ich bin nicht großartig auf Cosplay. Nicht, dass Leben dich überrascht, Max. So, sind wir zur Party, oder nicht? Why the fuck not? Wenn ich es liebte, kann ich immer wieder zurückkommen, in meine room. Das ist die Spirits, Max. Nachdem das, ihr seid bereit für eine Rade. Es ist so, wie Spaß. Jetzt muss ich nachdem, um die Party-Futur zu sehen. Oh, ja. Oh, ja. Das ist der Geist. Danke, Juliette. Klar. Ich spreche mit dir später. Das ist sowas schade und schrecklich. Sag Bescheid. Okay. Warte, warte, was? Nee, was war mir denn nicht nötig? Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich das schon sage. Ah, okay. Stimmt. Dana nimmt ihr Blackwell-Spirit ernsthaft. Rollschuhe. Rollerblade. Ah, ich wollte eine Derby-Girl sein, aber ich habe fast meine Füße, die aufzunehmen. Pfff. Alles klar, Max. So sportlich bist du also. Aber nur hm. Ja, das ist bestimmt von Vorteil. Okay, wir gehen dann mal. Obwohl, haben wir hier... Nein. Okay, wir müssen, äh, wir müssen. We are just going. Wie, du musst... Linke Maustaste zu verlassen. Ah, da steht doch. Statt da nicht Warren. Warte mal. Bilder. Okay, das könnte draußen sein. Das ist von Blue Whales. Das könnte auch noch draußen sein. Aber das da könnte hier sein. Das müssen wir finden. Oh Gott. The birds are flocking around Samuel. Ah, da ist Samuel. Up early. Already communing with the critters. Hey Samuel. You're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm, quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning. For food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh. That's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I really don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Ja. Das wird's wohl sein. Can't Blackwell have at least one no football zone? Essensreste. Ah. Butter. Yes. Another Pulitzer for the portfolio. Oh, so süß. Okay. Ahem. Ja. Wir gehen dann mal... Oh. Wir sitzen da vorne. Hab ich gar nicht gesehen. Rachel owns my money. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi Taylor. Hi Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. The whole thing is good. I think I want to take a break. I think I'll just do something. I think I'll take a break. und zu erpressen rechtliche Auswirkungen haben wird das muttersöhnchen ist zu seinem vater gegen die prescott dormitory good lord nathan's family owns my door warren ist out and about already what are you doing here waiting for call and i mean i already took the call anyway i wanted to rap about that action yesterday by the way thank you for stepping in you were pretty badass warren i owe you oh yes you do i got knocked on my ass by that dick i'm some personal superhero you're a real everyday hero you stood up to a bully and it was awesome even though you left me with said bully and ran off with that girl she's pretty punk rock how do you know her an old friend chloe price we haven't seen each other in a while i bet you're glad to see your blast up in that truck like a rockstar which begs the question why is nathan prescott getting psycho on you sagen lieber die wahrheit i busted him in the bathroom yesterday with a gun i'll give you the story later principal wells is taking care of it now i hope you're fucking weak like that bizarro snowfall yesterday speaking of dystopia that driving is having a 70s planet of the apes marathon let's go ape yes that's exactly what i mean i love those old school ape films well that was easier than i thought cool i'll text you the info so süß ok den bus nehmen let's go ich hoffe wir haben alles mitgenommen ich hoffe wir haben nichts vergessen aber ich will oder mit dir 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 wie schön ich hoffe nur dass die gamer oder irgendwie andere nicht wollen dass ich das hier abspiele ja ich rede da mal ein bisschen drüber schöne schiffe schön landschaft und der leuchtturm wo sind jetzt aus wales sind wir da spiel mit 30 ja ab in die city jetzt nicht so traurig aussehen gibt gleich essen blackwell akademie transportation und schon wieder der leuchtturm er verfolgt uns vielleicht doch ok ja windig heute da ist das tu wales hmm 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 ja 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 Es sieht aus wie ein Bild von der klassischen Arcaidia Bay Krusty-Fisherman. Guten Morgen. Es sieht aus, dass du bereit zu holen Fisch. Ich wünsche, junge Frau. Arcaidia Bay ist einfach nicht die gleiche Fisching-Town in der ich bin. Hat die Stadt verändert? Bei Neptun ist es. Es sieht aus wie ein Leben, als ich der König des Harber. Hast du dein eigenes Boot? Ich kenne sie die Bali-Hai. Ich habe sie in diesen lehnischen Tagen gehalten. Vielleicht ist es das ganze Zeit, was wir haben. Ich dachte, dass eine der Hauptspurte von Arcaidia Bay war die Fisch. Oh, die Fisch hatte ich auf meine Boot. bis die Prescotts und ihre Finanzen fienden, die Arbor-Rights schrauben. Die Prescotts haben viel Macht. Sie können die Stadt wiederholen die Stadt Prescot Bay. Das sagt dir viel. Sie wissen sie? Sie machen gut für meine Arbeit. Aber ich sie weiß durch ihre schlechte Fische. Aber wir werden nicht unterhalten, Kast. Ich höre die Fisch für Bali-Hai. Keine Emojis. Schnapp dir einen Tisch und einer. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Hätten wir direkt hinrennen sollen? Okay. Fenster. Okay. Tschüss. Dann, äh, haben wir hier schon alles angeguckt. Ne, noch nicht. Ich wundere, ob sie das Schnee erklären. Schnee? Well, das ist ein guter Start der Geschichte. Nein. Well, das ist ein guter Start der Geschichte. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr. Kannst du in dieser Stadt glauben? Die Welt ist auf Feuer. Und unsere große Händler ist Schnee. Wir können gar nicht auf die nächste Woche große Geschichte warten. Das ist ein guter Start der Geschichte. Die Schnee war ziemlich wunderschön. Es war gerade im Mittagessen eines warmes, Sonnensche. Oh. Global warming bullshit. Es ist der Nordwesten. Schnee passiert. Ich fange lesen, wie die Arcadia Bay aufbauen. Der Papier kann nur darüber sprechen, oder über die Frauen verbrechen. und Mädchen. Du meinst Rachel Amber? Ich denke. Ich glaube, sie fuhr weg, weil sie zufrieden war. Wer würde hier nicht sein? Ja. Keine Ahnung. Warte, warte, warte. Ja. Foto. Das war doch. Ja. Foto. Gab es noch irgendwelche Fotos, die ich vielleicht verpasst habe? Das hinter einem Zaun. Kann ich über die Straße laufen? Oh, ne. Okay. Gibt es vielleicht da hinten noch was? Ah, Obdachlose. Ich hab deinen Arsch fotografiert. Oh Gott. Ah, ja. Das war das mit dem Knochen. Gut. Wusste ich doch. Das hat irgendwas mit diesem Hund zu tun. Dann reden wir mal mit der Obdachlosen. Das ist doch blöd. Ich weiß alles über Blackwell. Und diese Stadt. Wie lange hast du in Arcadia Bay lived? A 1000 Jahre. Ich habe durch die gleichen Veränderungen wie die Stadt. Was veränderungen in der Stadt? Die, die es dauert ein Leben, um zu sehen. Hier gibt es viel beauty, aber viel darkness, auch. Du. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018